Du bist aus der Branche, heißt Porno-Darstellerin. Genau. Sex und Sex-Appeal ist dein Beruf. Du bist noch keine Mutter, ne? Nein, aber ich hab noch einen Kinderwunsch. Ja, gut, das find ich auch mehr als normal und legitim. Aber ich mein, spätestens, wenn man dann merkt, man kriegt... Würdest du ja auch weiterarbeiten wollen in dem Beruf? Ehrlich. Was würdest du machen? Also, da haben wir eben schon drüber gesprochen. Wenn du erstmal schwanger bist, bleibst du dann in deinem Job? Ja. Das heißt, du würdest mit dicken Bauch Pornos drehen? Jetzt nicht, nein. Generell erst nur das Schwangersein ein bisschen auf die Seite und... Also, andersrum. Für dich ist Schwangersein und Sex mit unterschiedlichen Männern haben kein Tabu? Nein, das nicht. Würdest du mit verschiedenen Männern während der Schwangerschaft schlafen? Das würdest du machen? Das schämflich nicht. Wirklich nicht.